Wer hochqualitative Sägearbeiten in der Werkstatt verrichten möchte, der braucht eine Bandsäge, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch äußerst präzise ist. Eine solche Maschine haben wir heute für euch im Test. Die Schepach BAS A3. Diese Bandsäge vereint beeindruckende Power mit einer Vielzahl an durchdachten Funktionen, die selbst ambitionierte Heimwerker und Profis begeistern werden. Lasst uns gemeinsam ihre vielen Stärken unter die Lupe nehmen. Das Herzstück der Schepach BAS A3 ist ihr kraftvoller 800 Watt Induktionsmotor. Dank der stufenlosen Drehzahlregelung von 370 bis 750 m pro Minute können Anwender die Sägeblattgeschwindigkeit perfekt auf das zu bearbeitende Material abstimmen. Egal ob feine Freihandarbeiten oder kraftvolle Sägeschnitte, mit der richtigen Einstellung meistert die BAS A3 jede Herausforderung. Und das bei einer beeindruckenden Laufruhe, die selbst bei Höchstdrehzahl keine Vibrationen zulässt. Ein wahres Highlight dieser Bandsäge ist ihre enorme Durchlasshöhe von satten 205 mm selbst extrem dicke Holzbohlen, Balken oder Stämme lassen sich damit mühelos und mit höchster Präzision bearbeiten. Dank der Höhenverstellbaren oberen Bandführung ist die Führung auch bei niedrigeren Werkstücken stets optimal, ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Kombiniert mit dem großen schwenkbaren Gusseisen-Arbeitstisch von 548 x 400 mm, ist die BAS A3 für nahezu jede Sägeaufgabe gerüstet. Damit auch anspruchsvollste Längsschnitte präzise gelingen, ist die Schepach BAS A3 mit einem soliden Parallelanschlag mit integrierter Lupe ausgestattet. Dank der werkzeuglosen Schnellspannung lässt sich dieser Anschlag blitzschnell auf beiden Seiten des Sägeblatts positionieren. Doch damit nicht genug, weitere durchdachte Features wie das Schnellspannsystem für den einfachen Sägebandwechsel, die stufenlos einstellbare Tischneigung von minus 8 Grad bis plus 45 Grad oder der praktische Absaugstutzen runden das Gesamtpaket ab. Ob Holz, Kunststoff oder Aluminium, die BAS A3 ist für jede Herausforderung bestens gewappnet. Mit der Schepach BAS A3-Bandsäge holen Sie sich ein echtes Kraftpaket in Ihre Werkstatt, das durch seine Leistungsfähigkeit, Präzision und Vielseitigkeit überzeugt. Dank des 800 Watt Antriebs mit stufenloser Drehzahlregelung, der riesigen Durchlasshöhe von 205 mm und smarten Features wie dem präzisen Parallelanschlag meistert diese Maschine selbst die anspruchsvollsten Sägeaufgaben mühelos. Ob ambitionierter Heimwerker oder Profi, mit der BAS A3 haben Sie die perfekte Bandsäge für Jahre voller präziser Holzbearbeitung gefunden.